Wieviel kostet das? Das ist mir leider zu viel. Das ist mehr als ich ausgeben wollte. Haben Sie etwas günstigeres? Ich suche ein Geburtstagsgeschenk. Haben Sie etwas, das einer älteren Person gefallen könnte? Haben Sie etwas, das einer älteren Person gefallen könnte? Kann ich Ihnen helfen? Danke, ich schaue nur. Ich nehme es. Danke, ich möchte es nicht. Kann ich das bitte anprobieren? Kann ich das bitte anprobieren? Wo ist die Unkleide? Haben Sie es in einer anderen Farbe? Haben Sie es eine numerosa? Haben Sie es eine numerosa? Haben Sie es eine numerosa? Haben Sie es eine Nummer kleiner? Passt es? Es steht innen. Es steht hier. Passt es zu dieser Jacke? Es ist genau das, was ich mir vorgestellt habe. Es ist nicht ganz das, was ich mir vorgestellt habe. Es ist nicht ganz das, was ich gesund habe. Können Sie es als Geschenk einpacken? Kann ich es hier lassen und später abholen? Können Sie es hier lassen und später abholen? Haben Sie eine Einkaufstüte? Kann ich das umtauschen? Kann ich das umtauschen? Ich möchte das zurückgeben. Ich möchte das zurückgeben. Haben Sie noch die Güttung? 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 Eigentlich hätte ich gerne mein Geld zurück. Eigenlich hätte ich gerne mein Geld zurück. Eigentlich hätte ich gerne mein Geld zurück. Geben Sie bitte Ihre PIN ein und drücken Sie um zu bestätigen. Können Sie mir Kleingeld geben?